1, 2, 3, oh hi Daniel, ich zähl grad das YouTube Money. 4, 5, 6, 6 YouTube Money. Wenn wir nicht gerade übelst harte Pranks filmen, machen wir auch in unserem Alltag ganz drölle Sachen. Den ein oder anderen Schabernack so. Wenn ihr da Bock habt, können wir das halt auf dem Kanal hier auch ein bisschen umklagen. Haben wir darauf Bock? Ich schon. Vor einiger Zeit zum Beispiel hatte unsere Freundin Maggie Geburtstag und da habe ich ihr einen Gutschein geschenkt fürs Haare-Stylen. Und als ich dann neulich ins Theater wollte, wo immer noch die ganzen Schickimicki-Leute sind, habe ich sie gezwungen, diesen Gutschein einzulösen. Aber seht selbst. So, Maggie, ich brauche jetzt mal eine Schere. Das klingt schöner, als du denkst. Ich brauche trotzdem mal eine Schere. Aber wenn du mit der Schere anstehst, dann vergiss es. Ich heule, ich heule wirklich. Ich weine halt dann hart. Hallo. Dann muss ich hier ein Loch reinschneiden. Du wirst eine Flasche von meinen Haaren verstecken, oder? Ach, gehst du heute ins Theater? Ja. Du wirst gerne tüftchen, oder? Dann muss ich hier auch noch ein Loch reinschneiden. Oh, heute ist der Theater. Und dann wirst du dir Haare in deinen Becher eingießen. Könntest du die Frisur? Guck bitte da so rein. Das ist die coolste Frisur überhaupt. Hast du irgendwas, um das zu befestigen? Ja, Haare. Die Haare sollen in die Flasche. Also wenn ich jetzt keine Schere habe, mache ich das jetzt hier mit. Ich verstehe es halt, wie die Frisur. Oh Gott. Nicht in die Kamera. Was machst du jetzt? Ich habe ja einen Messer-Einbecher. Da kann ich das testen. Ich muss das halt wirklich irgendwie an der Seite von ihrem Kopf befestigen. Hä, ist übelst gut? Ja. Da kann man jetzt Haare reingießen, oder was? Ja. Die werden manchmal geführt hier so rein. Scheiße, ich hätte das Loch weiter hinten machen sollen. Das ist halt auch falsch. Das muss halt hier sein. Hä? So und hinten. Oh. Oh mein Spaß. Das ist so verhindert. Aber, das ist so dumm. Was? Nein. Alter, so ein Assi. Was? Nein. Er hat es nicht gemacht. Ihr wolltet ihr Wasser da rein? Oh Mann. Oh Mann. Hör mal auf. Oh Mann. 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 Oh Mann das! Es ist ohne Spaß. Wenn die Flasche nicht mehr. Wenn die Flasche nicht mehr und es echt gut aussehen. Oh Mannl. Oh Mannl. Guck mal von oben, von oben ist meist dieses Dönchen so schön. Es ist echt perfekt. Du siehst auch richtig glücklich aus. Schön. Danke schön. Jetzt kommt jetzt los. детistic sespen. Das ist wunderschön. Auf ins Theater, alles schick gemacht. Maggie? Kannst du dich umdrehen? Maggie, sag Ja zum Leben. Ja und zu guter Letzt hier nochmal ein ganz subtiler Spoiler für das neue Video demnächst auf dem Hauptkanal. Freut euch drauf, es macht mir auf jeden Fall Spaß. Ich finde die Aktion von dir unter aller Kanone.